Wie passen Grammatiken und Automaten eigentlich zusammen? Das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen, wenn wir die Sprachen endlicher Automaten betrachten. Mein Name ist Markus Krütsch. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Guten Abend bei unserer kleinen Videoreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten. Ja, und ganz konkret ist die Frage, die man sich ja stellen könnte. Wir haben beim letzten Mal endliche Automaten kennengelernt. Wir haben gesagt, was eine Sprache ist von so einem Automaten. Und der logische Schluss wäre jetzt natürlich, genau wie bei den Grammatiken weiterzugehen und zu sagen, ja, wir definieren eine Klasse von Sprachen, die basiert auf diesen endlichen Automaten. Wir könnten also sagen, ein Typ von Automaten definiert eine Klasse von Sprachen. Zum Beispiel die Klasse aller Sprache, die irgendein DFA erkennen kann. Und das wäre doch vielleicht eine Alternative zur Chomsky-Hierarchie. Wir hatten ja auch gesagt, die Klasse von Sprachen, die eine kontextfreie Grammatik zum Beispiel erkennen kann, ist eine interessante Klasse. Wenn man sie so definiert, das könnte ich doch mit Automaten eben so tun. Es stellt sich aber heraus, wenn man das verfolgt, dass das keine wirkliche Alternative zur Chomsky-Hierarchie ist. Nicht deshalb, weil es nicht funktioniert, sondern deshalb, weil es keine andere Hierarchie erzeugt. Und insbesondere ist es so, dass für DFAs eine sehr wohlbekannte Sprachklasse auf diese Art entsteht, nämlich Satz, die Klasse der Sprachen, die durch einen DFA erkannt werden können, ist genau die Klasse der regulären Sprachen. Also das, was man durch reguläre Grammatiken in Chomsky-Sinne beschreiben kann, fällt genau zusammen mit dem, was man durch endliche Automaten beschreiben kann. Das hat verschiedene Konsequenzen. Zum einen wissen wir dadurch, dass endliche Automaten an sich nur sehr einfache Sprachen akzeptieren können, weil die Grammatiken ja sehr stark beschränkt sind und bei weitem nicht alle Sprachen lassen sich so erkennen, wie wir noch sehen werden. Und zum zweiten ist es eine Konsequenz, dass diese Sprachen, die wir dadurch erhalten, diese Typ-3-Sprachen, wie wir sie auch genannt haben, eine ausgesprochen natürliche Klasse von Sprachen darstellen. Ich kann auf sehr unterschiedliche Weisen zu ihnen gelangen und in jedem dieser Fälle kommt am Ende das Gleiche dabei raus. Das ist ganz allgemein so in der theoretischen Informatik, in der Mathematik. Wenn man durch verschiedene Wege auf verschiedene natürliche Weisen zu Definitionen gelangt und dann feststellt, dass all diese Definitionen letztlich dasselbe ergeben, dann ist es ein starkes Indiz dafür, dass das, was da herauskommt, eine wichtige und interessante und studierenswerte Klasse von Dingen ist. Also es ist nicht einfach nur ein etwas verschobener Sonderfall von Grammatiken, der hier vielleicht abgedeckt wird, der vielleicht keine weitere Bedeutung hat, sondern es ist von verschiedenen Richtungen her gesehen immer die gleiche Klasse, zu der wir gelangen. Und wir werden noch mehr Richtungen finden, aus denen wir zu dieser Klasse kommen können. Nun, dieser Satz, wie er hier steht, steht erstmal nur als gegeben da. Wir wollen noch ein bisschen genauer untersuchen, warum der eigentlich gilt und auch beweisen, wie das funktioniert. Zunächst einmal hat dieser Beweis mehrere Teile. Das erste und vielleicht wichtigste, was wir tun müssen, ist zu verstehen, warum das gelten sollte. Also das heißt, wir wollen zunächst einmal konstruktiv argumentieren, wie man denn von einem Automaten zu einer Grammatik und auch von einer Grammatik zu einem Automaten kommen kann. Zumindest in eine Richtung ist das nicht schwer zu sehen und relativ intuitiv. Man kann für jeden endlichen Automaten M eine reguläre Grammatik G von M finden, welche dieselbe Sprache erzeugt. Also das heißt, LM ist gleich LG von M. Wie schaffen wir das? Der Automat ist gegeben. Wir suchen eine gleichwertige reguläre Grammatik. Und die Definition dafür wird in einem kleinen Algorithmus gegeben. Wir haben also den Automaten M und wir wollen definieren, die Grammatik, die besteht aus vier Teilen. Die Nicht-Terminal-Symbole, das Alphabet, Produktionsregeln und Startsymbol. Das Alphabet ist schon mal das gleiche, wie beim Automaten natürlich. Die Nicht-Terminal-Symbole definieren wir ganz einfach als die Zustände. Und das ist schon eine der wesentlichen und entscheidenden Ideen hier, wie man hier vorgehen muss. Also die Zustände sind die Nicht-Terminal-Symbole. Und damit kann man sich schon fast den Rest überlegen. Wie kann man jetzt Produktionsregeln, also Sie ahnen schon, was das Startsymbol dann sein wird. Und jetzt ist die Frage, wie kann man Produktionsregeln schaffen, die den Übergängen eines Automaten entsprechen. Also das Startsymbol, Startzustand. Und die Produktionsregeln werden wir jetzt, werden wir mehrere Arten von Produktionsregeln hinzufügen. Die intuitivste vielleicht ist diese hier, die sagt, ich darf vom Zustand Q in einen Zustand Q' übergehen, indem ich ein A lese. Das heißt also, ich habe hier einen Übergang, Delta von Q und A ergibt Q' und ich setze das in genau diese Grammatikregel um. Und das sieht schon fast genauso aus, wie wir es für Automaten geschrieben haben und hat auch ein ähnliches Verhalten, wie wir sehen werden. Das ist die eine Art von Regeln. Aber wenn ich nur solche hätte, dann würde es nicht möglich sein, jemals ein Wort zu erzeugen, weil man in jeder Umformung aus einem Nicht-Terminal-Symbol wieder ein neues Nicht-Terminal-Symbol entstehen lässt und damit niemals ein Wort ohne Nicht-Terminal-Symbol erhält. Um die jetzt noch einzuführen, um den Abschluss sozusagen zu schaffen, nutzen wir die Endzustände. Wir sagen nämlich, man darf einen Zustand Q einfach durch A ersetzen, wenn der Übergang von Q mit A aus in einen Endzustand gelangen würde. Das heißt, Endzustände dürfen an dieser letzten Position einfach weggelassen werden. Müssen nicht, die erste Regel haben wir trotzdem. Und es gibt noch einen dritten Fall, den wir berücksichtigen müssen. Falls der Startzustand bereits ein Endzustand ist, dann akzeptiert die Grammatik das leere Wort. Und das können wir erreichen, indem wir eine Regel einführen, die sagt, Q0 wird nach Epsilon überführt oder darf nach Epsilon überführt werden. Das machen wir genau dann, wenn Q0 ein Endzustand ist. Okay, mit diesen drei Arten von Regeln haben wir den gesamten Automaten als Grammatik dargestellt. Und das lässt sich sehr schön und sehr einfach auch anwenden. Ich mache es mal an einem Beispiel. Hier haben wir einen Automaten gegeben, der zwei Endzustände hat, einen Startzustand und verschiedene Übergänge, wie Sie sie hier sehen. Und hier oben habe ich nochmal klein zusammengefasst den Algorithmus dazu. Die Produktionsregeln, die sich jetzt ergeben, können wir aus diesen drei Gruppen ermitteln. Zunächst einmal für jeden Übergang, der hier ist, fünf Übergänge, das können wir zählen, benötigen wir eine Produktionsregel, die diesen Übergang darstellt. Das sind diese fünf Regeln. Und ja, Sie können das leicht prüfen, dass das genau übereinstimmt. Also wir haben zum Beispiel Q1 geht mit A nach Q2 über. Das haben Sie hier und die entsprechende Regel ist hier. Jetzt die zweite Art von Regel ist für die Fälle hinzuzufügen, bei denen wir in einen Endzustand gelangen. Denn diese Endzustände dürfen wir optional einfach löschen. Das ist Q1 und Q3. Regeln, die uns da hinführen, sind diese, diese und die letzte. Das heißt also, für diese Fälle haben wir nochmal Regeln ohne den entsprechenden, ohne das entsprechende Nicht-Terminalsymbol, nur mit dem Terminalsymbol und die als Abschluss der Produktion dann möglich sind. Und dann haben wir noch den letzten Fall, dass der Startzustand ein Endzustand ist. Und für diesen fügen wir noch diese Regel hier hinzu. Okay. Und damit haben wir jetzt alle nötigen Regeln hier eingeführt. Okay. Sie sehen, das ist relativ einfach. Ich denke, es ist auch relativ intuitiv. Also an der Stelle, wir sagen Sie vielleicht schon, ja, okay, sehe ich, dass das funktioniert. Man kann mit der Grammatik genau das Gleiche tun wie mit dem Automaten, Schritt für Schritt. Nur, dass die Grammatik nicht liest, sondern erzeugt. Aber das ist ja letztlich nur in der verschiedenen Sichtweise. Aber heißt nicht, dass die Funktionsweise sich so groß unterscheidet. Jetzt haben wir also diesen Satz, der behauptet, dass man genau die gleiche Klasse von Sprachen erhält. Was noch fehlt, ist allerdings an dieser Stelle die Korrektheit. Also ich habe hier noch keinen Beweis. Es ist vielleicht für Sie schon intuitiv, dass diese Übersetzung funktioniert. Aber bisher haben wir nur angegeben, wie man vorgehen würde, aber nicht gezeigt, dass dieses Vorgehen wirklich funktioniert und das richtige Ergebnis erzeugt. Es ist nicht so selten, wenn man in der Informatik Dinge beweist, dass das Vorgehen das Wichtigste ist. Also oftmals, wenn man einmal gezeigt hat, was man tun muss, um von dem einen zum anderen zu kommen oder mit welchem Ansatz man ein Problem zum Beispiel lösen kann, dann ist das oft schon die größte Arbeit und viele Beweise, die man findet, auch in Lehrbüchern, aber auch vor allem in der Fachliteratur, sind wirklich so, dass man nur sagt, okay, das ist der Algorithmus, mit dem kann man das Problem lösen oder mit dieser Umformung kommt man von A nach B, ohne dass man dann nochmal im Detail zeigt, dass das auch wirklich stimmt. Man sagt dann, ja, es ist offensichtlich oder man kann es sehen. Wir wollen es hier ein bisschen genauer machen, damit Sie mal gesehen haben, wie es funktioniert. Sie werden sehen, es ist nicht so kompliziert. Wir wollen also zeigen, dass L von M, die Sprache des Automaten, genau gleich ist zu L von Gm, dieser Grammatik, die wir aus M erzeugt haben. Und das tun wir jetzt wieder, indem wir beide Richtungen dieser Gleichheit einzeln beweisen. Also wir wollen hier die Gleichheit zweier Mengen zeigen und wir zeigen das, indem wir zeigen, dass die Inklusion, die Mengeninklusion in beide Richtungen gilt. Die erste Richtung kann man so lesen, dass es bedeutet, jedes von M akzeptierte Wort kann auch von Gm erzeugt werden. Die Rückrichtung kann man so lesen, dass es bedeutet, dass jedes von Gm erzeugte Wort auch von M akzeptiert werden kann. Und man ahnt schon, dass das unterschiedliche Argumente erfordert. Einmal muss man zeigen, dass was erzeugt wird und einmal das, was akzeptiert wird. Deshalb macht man das getrennt. Okay, gut. Wir betrachten also jetzt zunächst die eine Richtung, wie hier in der Überschrift. Ich möchte zeigen, dass jedes akzeptierte Wort auch erzeugt werden kann. Dazu betrachte ich ein beliebiges Wort, das akzeptiert wird, ein Wort W, in diesem Fall und überlege mir, welche Möglichkeiten es hier gibt, warum wird das Wort akzeptiert und kann ich diese in diesem Fall auch jedes Mal eins entsprechend generieren. Naja, die erste Möglichkeit ist, das Wort ist leer. Das ist ein Sonderfall, den wir einzeln erfassen. Dafür hatten wir auch spezielle Regeln in Gm, beziehungsweise eine spezielle Regel. Und deshalb wird es hier gesondert behandelt. Falls das Wort leer ist und akzeptiert wird, dann muss der Startzustand ein Endzustand sein. Anders geht das nicht. Und wenn das so ist, dann haben wir eine Regel, Q0 wird ersetzt durch Epsilon in der Grammatik hinzugefügt. Das bedeutet, wir können das leere Wort tatsächlich generieren. Dieser Fall ist also damit erledigt. Falls W kein leeres Wort ist, das können wir jetzt in einem erledigen für alle anderen Wörter. Also wir haben irgendein Wort der Länge n mit Symbolen a1 bis an. Dann gilt, dass die verallgemeinerte Übergangsfunktion, Sie erinnern sich, wenn man von Q0 anfängt und dann das ganze Wort einliest, irgendwie in einem Endzustand landet. Was bedeutet das? Wie war das mit der verallgemeinerten Übergangsfunktion? Das ist letztlich nur die hintereinander Ausführung der einzelnen Übergänge. Das heißt, es muss Übergänge geben, die von Q0 zu Q1, von Q1 zu Q2 und so weiter zu irgendwelchen Zuständen bis zu Qn führen. Es gibt also n plus 1 Zustände hier, die irgendwie erreicht werden. Die müssen natürlich nicht alle unterschiedlich sein. Es könnte auch sein, dass der gleiche Zustand mehrfach auftritt hier. Und hier oben an die Übergänge geschrieben sind die entsprechenden Zeichen. Für diese Übergänge habe ich aber natürlich in der Grammatik auch jeweils Regeln eingeführt. Das heißt, in Gm gibt es Regeln Q0 mit a1 nach Q1, von Q1 mit a2 nach Q2 und so weiter. Und weil Qn ein Endzustand ist, habe ich von Qn minus 1 eine Regel direkt nach An. Das heißt, das Qn ist hier in einem Fall weggelassen worden und darf einfach gelöscht werden. Und es ist jetzt leicht zu sehen, dass mit diesen Regeln, wenn man sie einfach hintereinander anwendet, ehe es möglich ist, eine Ableitung durchzuführen, die das Wort erzeugt. Also das ist schon die ganze Richtung. Und damit habe ich jetzt für beliebige Wörter gezeigt, dass sie sich in der Grammatik ableiten lassen. Okay, gut. Das ist also die eine Richtung. Wie machen wir es in die andere Richtung? Wir wollen jetzt zeigen, dass alles, was durch die Grammatik abgeleitet werden kann, auch im Automaten akzeptiert wird. Das ist nicht genau das Gleiche. Also man könnte ja vielleicht denken, wir haben doch jetzt schon die Korrespondenz von Grammatik und Automat gezeigt in der Hinrichtung. Aber das stimmt nicht. Wir haben einfach nur aus den Regeln der Grammatik uns welche herausgepickt, die ausreichen, um den Automaten nachzustellen. Es gibt aber noch andere Regeln und man kann sich andere Reihenfolgen vorstellen, in denen die Regeln angewendet werden. Zum Beispiel haben wir die Epsilon-Regeln nur in dem Fall verwendet, indem wir das leere Wort erzeugen wollten. Wir haben keine andere Möglichkeiten für die Anwendung von Epsilon vorgesehen. Aber es wäre natürlich schon denkbar, dass man in der Grammatik erst eine Ableitung durchführt und dann am Ende einen Zustand, also den Startzustand, dann notwendigerweise durch Epsilon ersetzt. Also diesen Fall müssen wir uns auch überlegen. Und das ist genau das, was jetzt in der Rückrichtung passiert des Beweises. Wir gehen von einer beliebigen Ableitung aus, ohne irgendwelche Einschränkungen und versuchen zu zeigen, dass auch beliebige Fälle hier im Automaten abgedeckt werden. Okay, wir haben also diese drei Typen von Regeln hinzugefügt in GM. Jetzt kann man sich überlegen, welche Arten von Ableitungen es mit diesen Regeln überhaupt geben kann. Und das sind im Prinzip zwei verschiedene Arten. Das ist nicht sehr schwer zu sehen. Also die beginnen immer gleich mit dem Anfangszustand, mit dem Anfangssymbol, nicht Terminalsymbol, mit der Startvariable. Und dann kann man beliebig oft die erste Art von Regel anwenden, mit der man ein Zeichen generiert und zu einer anderen Variable gelangt. Und dabei werden immer mehr Zeichen erzeugt. Aber irgendwann muss man aufhören, ansonsten wird kein Wort generiert. Und es gibt zwei Möglichkeiten aufzuhören. Entweder mit einer Regel des zweiten Typs hier, in der wir ein weiteres Symbol erzeugen und keine weitere Variable erzeugen. Oder aber mit einer, mit der Regel des letzten Typs, bei der wir einfach einen Zustand löschen. Und dieses Qn muss natürlich gleich Qn sein. Sie sehen, meine Notation ist auch minimal überladen. Ich hoffe, das verwirrt Sie nicht. Q0 ist ein konkreter Zustand, der Startzustand, der hier als Startvariable benutzt wird. Das heißt, das ist ein ganz spezielles Element. Während Q1, Q2, Q3, Qn und so weiter alle eigentlich nur Platzhalter sind für beliebige Zustände. Die könnten auch Q0 sein. Also es wäre denkbar, dass Q1 gleich Q0 ist und Qn gleich Q0 ist. Und genau das muss natürlich eintreten, wenn wir die letzte Regel hier anwenden wollen. Dann muss Qn gleich Q0 sein, denn für andere Fälle haben wir garantiert keine solche Regel. Okay. Das sind also die zwei Möglichkeiten und weitere gibt es nicht. Also das sind die einzigen Arten, wie man die Erzeugung hier irgendwie zu einem Abschluss bringen kann. Das ist, denke ich, leicht zu sehen. Die erste Regel kann offensichtlich nicht der Abschluss sein, weil da immer eine neue Variable dazu kommt. Okay. Und jetzt betrachten wir uns diese Fälle einfach getrennt und zeigen, dass es in jedem Fall möglich ist, mit dem Automaten das Verhalten nachzustellen. In Fall 1 sind die Regeln, die wir verwendet haben, ganz allgemein so, wie hier dargestellt. Also von Q0 mit A1 nach Q1 und so weiter und am Ende mit Qn minus 1 nach An. Und das bedeutet, wenn man solche Regeln in Gm findet, dann muss es entsprechende Übergänge im Automaten geben, sonst hätten wir die Regeln da gar nicht eingefügt. Und die sehen eben genau analog aus, nur dass wir sie ein bisschen anders schreiben. Und der letzte Übergang, da das Qn hier nicht auftaucht, muss zu einem Endzustand führen. Also Qn ist ein M-Zustand. Ja, und wenn das so ist, wenn wir diese Zustandsfolge Q0 bis Qn haben, wobei Qn ein Endzustand ist und wir jedes Mal mit dem Zeichen 1 weiterrücken können, dann ist klar, dass der Automat diese Eingabe akzeptieren würde. Okay. Und das war also der erste Fall. Der zweite Fall ist ganz ähnlich. Hier haben wir also die Regeln dieser Form angewendet. Wenn das möglich war, die anzuwenden, dann muss es auch solche Übergänge im Automaten gegeben haben, die das zulassen. Das heißt also, die zunächst einmal, wie ich schon gesagt habe, Qn muss gleich Q0 sein, sonst kann das gar nicht sein. Und Q0 muss ein Endzustand sein. Und es muss Übergänge geben, die so aussehen, dass man von Qn-1 insbesondere zu Q0 kommen kann. Mit dem Zeichen A1. Und ja, auch hier wieder ist klar, wenn das alles gilt, dann haben wir eine Kette von Zuständen, die genau durch die richtigen Symbole führen und am Ende im Endzustand, in diesem Fall in Q0 landen. Und das heißt, auch hier wird das Wort akzeptiert und ist auch wieder in der Sprache. Und das heißt, wir haben gezeigt, dass die Sprache der Grammatik in der Sprache des Automaten enthalten ist. Und damit haben wir jetzt beide Richtungen. Und der Satz ist bewiesen. Ja, okay. Es war nicht so schwer. Es gibt trotzdem mal Konfetti, weil Sie durchgehalten haben. Aber Sie sehen, es ist eigentlich relativ leicht. Man muss bloß in kleinen Schritten vorgehen und wirklich alles versuchen zu erklären. Was man oft sieht bei formalen Beweisen, gerade bei Ungeübten, ist es, dass zu wenig Klarheit herrscht darüber, wie man wirklich die Schritte durchführt und oftmals ganze Zwischenschritte übersprungen werden. Und solche sehr einfachen Beweise, wie ich sie hier zeige, sollen Ihnen auch ein bisschen helfen zu sehen, wie viele Schritte auch in so einem einfachen Gedankengang eigentlich schon drinstecken und dass man die auch alle ordentlich aufschreiben kann. und das durchaus möglich ist. Also, was uns sehr viel begegnet hat in der Wissenschaft, sind Beweise, die nicht schlüssig sind, wo Stellen fehlen. Und das kommt häufig dadurch zustande, dass jemand zu große Sprünge gemacht hat und einfach vom Anfang gleich zum Ende gegangen ist, weil man das sieht, weil das intuitiv ist, weil derjenige vielleicht nicht wusste, wie man das formal noch weiter erklären soll. Das ist ja irgendwie klar. Und dann aber vergessen wurde, bestimmte Fälle zu betrachten. Also, Sie sehen hier in diesem Beweis, kann ich auch Dinge vergessen, aber im Prinzip ist jeder Schritt klar und kann kritisiert werden. Ich habe zum Beispiel behauptet, es gibt nur zwei mögliche Formen von Ableitungen. Wenn Ihnen jetzt noch eine dritte einfällt, dann wäre das vielleicht leichter zu erkennen. Und man könnte sehen, dass hier ein Fehler ist. Wenn ich dagegen nur sage, ja, das ist irgendwie offensichtlich, dann ist viel, viel unklarer, welche Teilschritte es hier gibt und man kann das schlecht validieren. Das ist letztlich das Ziel von allen Beweisen in der Mathematik und Informatik, dass man Schlussketten, die einem vielleicht selbst klar sind, auch für andere plausibel machen will. Soziales Konstrukt. Das sind keine technischen Beweise, das sind keine maschinellen, automatisierten Beweise hier, sondern das sind Beweise, die wir führen als Mittel der Kommunikation mit anderen und der Argumentation und der Überzeugung. Okay. Gut. Damit haben wir also diesen Beweis abgeschlossen. Und was wir damit bisher gezeigt haben, ist, dass jede von einem endlichen Automaten erkannte Sprache regulär ist. Denn wenn es einen Automaten gibt, dann kann ich eine reguläre Grammatik finden und per Definition sind diese Sprachen genau die regulären Sprachen, wenn sie eine reguläre Grammatik haben. Was noch fehlt, ist allerdings die Umkehrung. Ich habe ja behauptet, dass es genau die gleiche Klasse von Sprachen ist. Das heißt, obwohl wir hier schon zwei Richtungen gezeigt haben, sind die zwei Richtungen nur für den Weg von Automat zur Grammatik gewesen. Wie ist es aber, wenn wir eine reguläre Grammatik gegeben haben, können wir dann auch einen Automaten bauen, der genau diese Grammatik, die gleiche Sprache wie diese Grammatik beschreibt. Und da kann man jetzt überlegen, ob das nicht genau so geht. Also wir hätten doch die Möglichkeit, auch hier einfach eine Definition zu wählen, die so ähnlich ist wie das, was wir gerade gesehen haben. Wir drehen einfach die Übersetzung um. Die regulären Regeln haben ja auch nur diese beiden Formen im Prinzip. A kann durch ein, also die Variable A kann durch ein Terminalsymbol A gefolgt von Variable B ersetzt werden oder sie kann einfach nur durch ein Terminalsymbol ersetzt werden, ohne eine zusätzliche Variable. Und da könnte man doch jetzt einen Automaten definieren, indem man einfach sagt, Delta von Variable A und Symbol A ergibt Variable B, Übergangsfunktion von A nach B. Und in diesem Fall ist es genau das Gleiche, nur dass wir zu einem Zustand C übergehen, der ein Endzustand ist. Kann man zum Beispiel neu einführen für diesen Zweck. Okay, und damit habe ich doch genau das gleiche Verhalten. Und ich behaupte jetzt, dass das nicht funktioniert. Und Sie können sich mal überlegen, warum. Beim nächsten Mal löse ich es dann auf. Und wir werden mehr über nicht-deterministische Automaten erfahren. Hint, hint, ja. Okay, gut. Es freut mich, dass Sie wieder dabei waren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und schicken Sie uns Ihre Kommentare und finden Sie die Folien online. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.